So und damit herzlich willkommen zum zweiten Video bei der C-Division 2. Wir erstellen uns erstmal eine neue Kampferband. Natürlich spielen wir wieder Deutsche. Wir machen immer schön die Reihenfolge. Also nehmen wir jetzt die 16. Panzerdivision. 16. Panzer. 1 vs 1. Zack. Einseckgänger reinhauen. Dann ballen wir mal los. Nehmen wir das Wege mit. Und das. So. 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 Ja. Bin ich zufrieden eigentlich. Bei Blitz brauchen wir immer was in der B-Phase normalerweise wenn man 1 vs 1 spielt. Hier reicht das. Drei! fin encuent Die brechen. очень komisch. Ich mache es doch mal so, ich starte mal rein ins Game. Ich will schon gegen was ausgültig noch als spülen. Na gut, dann machen wir einfach zufällig. Gegen Neuseeland. Neuseeland ist richtig krass in dem Spiel. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Ich mache es nicht so, ich mache es nicht so. Keine Vorkommnisse, Sir An dieser Position müssen wir raus Wollen Sie mitfahren? An dieser Position müssen wir raus Taxi bereit An dieser Position müssen wir raus Hoch auf dem gelben Wagen Jawohl Taxi, dort müssen wir hin Taxi bereit Höre Sie klar und deutlich Spätrupp bereit Na gut, stoppen wir mal Taxi bereit Spitfire, gleich am Anfang. Okay. Jax Flugzeug bereit. Ziel zerstört. Keine Vorkommnisse. Feuer und Bewegung. Wie lauten Ihre Befehle? Achtung, der Feind ist in der Nähe. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? 4 und 2, zeitgesichtet. Lageinformation. Fertig machen, Männer. Absetzen, sofort. Gebraucht. Ich höre. Nennen Sie mal einfach das Ziel. Wir haben Verlust erlitten. Feind direkt vor eigener Stellung. Geschütz einsatzbereit. Wir haben Verlust erlitten. Deckung. Ja. Hier können wir nichts mehr aufrichten. An dieser Position müssen wir raus. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Was gibt's, Leitstelle? Regen … Speer bereit. Fahren Sie fort, Bruno. Ah, das ist nicht gut. 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 Ziel zerschlagen. Zu Befehl. Verdammt, es hat mich erwischt. Feind direkt zur eigener Stellung. Hux 1 greift an. Gibt es Neugreiter? Sanitäter! Notfall, Hilfe! Achtung, der Feind ist in der Nähe. Anhalten, wir warten hier. Ziehen den Arsch an Hadis. Feuer und Bewegung. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Fabiteter! Verdammt, der Motor brennt. Ampulle, starte Angriff. Für Ihren Diensten, Herr Kommandant. Fabiteter! Bereit für den Transport. Feind in der Nähe. Beschützt die Artillerie. Wir können nicht mehr. Absitzen, sofort. Wachsam bleiben. Zu Befehl. Der SZ-Löser. Zähne nachschalt hat es. Die Gruppe erwartet Ihre Befehle. So viele Germans. Für Ihren Diensten, Herr Kommandant. Der Wohnen, Kommandant. Adler 1, bereit. 10, bereit. 4 und 2, zeitgesichtet. 1, notwendig. Gebiet. Hört. Ah, es hat mich erwischt! Polnisch, Schwarze! Fabiteter! Bayonette aufpflanzen. Gute Arbeitrichtschütze! Pauk. Darst du bist schon unterwegs! Verdammt! Es hat mich erwischt! Ruhe, herhören! 200 abbrechen! Sechs Schuss, Ende! Sie lauten Ihre Befehle. Taxi, dort müssen wir hin. Wir sind bereit, Herr Kommandant. Vorwärts, aber schließt die Flanken. Mehr Feuerkraft gefällig. Funke sich dir ziel auffassen. MG einsatzbereit. Funke sich dir ziel auffassen. Wir machen Halt. Marschbereitschaft hergestellt. Sehr gut. B-Faser sei einfach Ultimum. Ja, wo bereit. Wir sind bereit, Herr Kommandant. Ich hab ihn. Bei erkanntem Feind, Feuer frei. Gibt es Neuigkeiten? Los geht's, Männer. Wo werden wir gebraucht? Ich glaube, ich wurde getroffen. Wie laufen die Befehle? Verdammter Mist, der Motor brennt. Ja, wo bereit. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Ich glaube, ich wurde getroffen. Bereit, Panzer zu knacken. Bayonette aufpflanzen. Ich habe getroffen. Ich höre. Notfall, Hilfe! Niki, Luft hier oben. Einsatz bereit. Infanterie bereit. Nachschub ist schon unterwegs. Scheiße, das war knapp. Wie lauten Ihre Befehle? Zum Schützenrodel aufgehen. Mir in Arm. Bereiter Hauptmann. Wir wurden getroffen. Zweiter Zug einsatzbereit. Feind direkt vor eigener Stellung. Ah, es hat mich erwähnt. Was können wir für Sie tun? Höre Sie klar und deutlich. Vorwärts, Männer. Aber schieß erst auf mein Kommando. Einmal ein, zwei. Die Gruppe erwartet Ihre Befehle. Die Gruppe erwartet Ihre Befehle. An alleinheiten, Feind gesichtet. Ah, es hat mich erwähnt. Lanza zur Stelle. Hm. Die lenke Seite brauchen wir nicht mehr. Ich muss noch in die Mitte pushen. An alleinheiten, Feind gesichtet. Das ist die Frecher Abend, Ende. Das wird was für die Wochenshow. Was gibt's, Leitstelle? Das ist der große Augenblick der Luftsache. Bugs 1, einsatzbereit. 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 Was hab ich mitan hier dran ist? Panzer 2 würde ich sagen. Die ganz großen Dinger haben wir nicht gebraucht. Mieter nicht über 1000 Verluste. Der Stuck hat einen Unterschied gemacht. Stuck 3 Dinkel. Dass er alles rausgenommen hat. Sehr gut. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.